Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinem Garten passen, zu dem Bassin. Bitteschön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber schau mal, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehören. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn's dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau hat. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unabesslich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss.